Ich danke dir für das schöne Wochenende, Alan. Es war wunderbar. Ja, hat Spaß gemacht. Für immer? Mit acht Paar Socken? Für mich bedeutet das für immer... Mein kleiner Bruder ist aus dem Knast ausgebrochen! Mein dritter Wunsch und Zaubergeist ist, dass, wenn ich die Tür öffne, das schönste Männchen der Welt auf meiner Schwette steht. Papa! Bitte, wer? Wer spricht? Conny! Conny, wer? Eine Nachricht? Können Sie es nicht aufschreiben, Gis? Ich habe mich nicht gehalten, Gis! Ich hoffe, dass es wenigstens ein angenehmes Wochenende, du Gammler! Alles, was du sagen musstest, ähm, tsch, tsch, hallo! Und von da an geht's los! Sie müssen mein Aussehen entschuldigen. Ich habe den ganzen Tag im Auto gehockt. Katastrophe! Nein, nein, nein. Was willst du überhaupt? Ein Glas Wasser, Alan. Nein, ich weiß nicht, was... Ich habe eben keinen Weg. Ich hatte nie welches. Und ich werde auch nie welches haben. Was machst du denn hier, Papa? Haha, ich war zum Abendessen eingeladen. Das ist ja einmal eine Köchin, die ihr hier habt. Tsch, tsch, tsch! Was haben Sie gesagt? Tsch! 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 Tsch!